Seit etwas über einem Jahr sieht mein Alltag so aus. Ich springe von einem Zoom-Meeting zum anderen. Während Autosmog, Fluglärm und Pendelverkehr in der Zeit deutlich abgenommen haben, hat unser Internet-Traffic stark zugenommen. Private Stromrechnungen sind nur ein Anzeichen dafür, dass unsere Telearbeit nicht gänzlich ressourcenschonend war. Zoom-Videos, Google Drive und andere Services verbrauchen Ressourcen. Strom für Server und Geräte, Wasser zur Kühlung und Rohstoffe aus prekären Quellen. Ein Vergleich, der oft angebracht wird, ist, dass eine Google-Suche so viel Strom benötigt wie das Kochen einer Tasse Tee oder so viel wie das Laufen einer Energiesparlampe pro Stunde. In meiner Forschung beschäftige ich mich damit, wie IT-Systeme in Zukunft gut gestaltet werden können. Interdisziplinäre Digitalisierungsforschung hat in den vergangenen Jahren kritisiert, dass Systeme oft proprietär betrieben werden und dass Wissenschaftlerinnen und anderen kaum Zugang zu Entscheidungen gegeben wird. Außerdem werden Bedenken zur Privatsphäre und Sicherheit geäußert. Wissenschaftlerinnen selber haben darauf reagiert, indem sie ihre Daten und ihre Infrastrukturen oft zugänglich machen, dass sie auffindbar sind, dass sie zugänglich sind, dass sie zwischen verschiedenen Plattformen ausgetauscht werden können und Daten wiederverwendbar sind. Vor allem Forscherinnen in den Postcolonial-Studies haben hinzugefügt, dass Daten und Infrastrukturen eben dem Allgemeingut zukommen sollen und dass deutlich sein soll, wer die Autorität hat und die Kontrolle über solche Daten. Und wer auch immer das ist, muss eben verantwortungsvoll und ethisch mit Daten umgehen. Bisher wurde allerdings Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt. Daher die Frage, wie gestalten, nutzen und binden wir IT, Umwelt und ressourcenschonend ein. Oft heißt das, dass wir mehr Netze brauchen, mehr Technologien. Aber es heißt auch, dass wir gute Netze und gute Technologien brauchen. Das heißt, das Wissen und die Kritik, die wir über die Jahre angehäuft haben, müssen jetzt in konkrete Umsetzungen fließen. Also die Frage, wie können IT-Systeme fair, kärfe und nachhaltig gestaltet werden. In den vergangenen Jahren haben wir einige Workshops organisiert, die genau das versucht haben. Gut heißt oft, dass Infrastrukturen für bestimmte Gruppen gut sind. Hier haben wir zum Beispiel mit Aktivistinnen gemeinsam Umweltdaten analysiert und Visualisierungen gebaut. Hier haben wir gemeinsam mit Studierenden für einen lokalen Bochumer Emkerei-Verein einen Datensatz erstellt und so ihre Bedürfnisse in die Technologie eingebaut. In meiner Zeit am KAIS führe ich drei partizipative Datenworkshops durch. Diese lehnen sich am skandinavischen partizipativen Design und partizipativen Datendesign an. In den drei Workshops kommen Wissenschaftlerinnen, städtische und universitäre Nachhaltigkeitsakteure, Aktivistinnen sowie Praktikerinnen zusammen, um aktuelle Kontroversen und Möglichkeiten für das Design von zukünftiger, nachhaltiger, offener und inklusiver IT zu diskutieren. Ich freue mich auf Fragen und Anregungen und sage Vielen Dank!